Hallo Schleichfreunde, hallo YouTube, mein Name ist Geri und herzlich willkommen zurück zu Dishonored. So, in der letzten Folge haben wir kläglich versucht, den Gefangenen da hinten rauszuholen. Und er wollte ja irgendwie, hatte ja glaube ich so eine Art Beute irgendwo versteckt. Wir haben sie aber nicht gefunden. Oder, ne, wir sind aber nicht sonderlich weit gekommen, weil die Jungs hier ständig umschleichen, aber ich habe keine Betäubungspfeile mehr. Hoppla, ey, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich. Kann ich doch hoch? Nein, da kann ich hoch. Ach, jetzt kann ich wieder sehr weit springen, oder was? Hm. Da steht einer, da steht einer. Haben wir hier mal auf? Ich bin mal jetzt ein bisschen... Steht so, okay. Dreht er sich eigentlich auch nochmal um? Ich glaube nicht, wah? Ich glaube, der glotzt da einfach nur die ganze Zeit hin. Oh. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Dann schnapp ich mir den Herrn nämlich mal. So. Vielleicht zählt ich dran. Und schnell weg. So. Schlagschönkumpel. Ja, dann bitte da hin. So, okay. Dann ist der da noch dran. Schlappschön. Und ein bisschen Kohle. Kugeln baue ich nicht. Sonst. Peer-Tür... Tür... Oh, okay. Alles klar. Ich glaube, das war's. Hey, Gumpel. Was? Tattoo? Ach da. Bin kein Verbrecher. Sammel bloß Flusskriecherperlen. Sie haben mich verfolgt. Musst du den Fang verstecken. Hilf mir. Ich zeig dir, wo die Perlen sind. Teile auch mit dir. Okay. Folg mir. Ich zeig dir das Versteck. Niemand hat mich gesehen. Das ist schön. Ich lasse mich bereuen. Machen halbe halbe. Jetzt, wo ich frei bin, bin ich ganz der Alte. Ja, gut. Dann sei mal ganz der Alte. Hüpf. Ich darf nicht auf ihn drauflanden. Das sieht er nämlich als Angriff. Lustigerweise. Und dann habe ich bei ihm verschissen. Abgeschlossen? Das habe ich befürchtet. Eine der Wachen hat den Schlüssel. Deine Wahl. Wenn du die Perlen noch willst. Ja, also, ne? Den Schlüssel habe ich ja. Ja. Andererseits gibt's heute nicht mehr viele ehrbare Leute. Guck, wer alle gebracht hat. Dringen wir schnell hinter uns, damit wir kein Aufsehen haben. Was? Wie? Autsch. Ah, nein. Nein, 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 nein. Äh, wie? Ah, nein. Nein. Was? Nein. Ah, nein. Oh, Penner. Nein. Nein. Au. Ich wollte doch niemanden töten. Ach, verdammt. Okay. Oh, da klinge ich gerade ein bisschen mit meinem Glas rum. Entschuldigung. Mmh. Schön leckeres Heißgetränk. Ich kann ihn auch nicht packen. Moment. Ach. Ach. Okay. Die sind jetzt trotzdem sauer auf mich. Okay. Oh, Alex Notiz. Warte hier bis, äh, und versteck dich, bis ich zurückkomme. Also, ich muss heute Abend aber... Hm. Ich werde die Perlen, die wir gesammelt haben, in den, äh, den Boss bringen. Also, mach keinen Blödsinn. Geh zum Kanal, nehm die Gebäude und sprich laut hinein. Okay. Hm. Flusskicherperlen. Yay. Kabelwerkzeug brauche ich nicht. Hey, wer werden dich finden, wird der Leichtruf. Nö, werdet ihr nicht. Ich weiß, dass du hier bist. Ich finde dich schon noch. Okay. Wo bist du? Okay, also hätten wir ihm nicht helfen müssen. Ich gehe weiter. Du bist ja alles weg, der Zeitfreund jetzt. Hm. Ich finde dich schon noch. Verdammt! Rissener Hund. Gleich wird jemand abgestochen. Ui, ui, ui. Nicht runterfallen. Ich weiß, dass du hier bist. Hm. Nein, 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 nein. Ich bin weg. Woher bist du verschwunden? Wie, die kann ich jetzt nicht mehr... ...pannen, oder was? Nur eine Frage in der Zeitfreundchen. Wann, Quatsch. Ich finde dich schon. Am Öffnen bitte? Oh, da ist nix du. Alles klar. Höh. Gleich wird jemand abgestochen. Aber das bin nicht ich, mein Freund. Woher bist du verschwunden? Dann, äh... ...zur Midrow Substation. Gehen wir da doch mal rein. Was ein Quatsch. Meine Güte, da... ...helfe ich dem Typen und er sagt... ...ja, nö, äh... ...ich hab's mir anders überlegt. Toll. Blöder Penner. Okay, da haben wir ein Knochen-Artefakt. Ne, Quatsch, ne Rune. Gibt's hier sonst da was? Notiz zur Musik des Aufsehers. Oh. Okay, wer will, kann lesen. Alte Musik. Hm, lecker. Schön die Latrine. Äh, was? Stimmt, hier wollte ich noch hin. Gesundheitsding brauche ich nicht. Maximal Gesundheit habe ich. Pulle, Wein brauche ich auch nicht. Ah, klar. Gut. Dann geht's mal weiter. In der Tat. Okay, was soll ich hier machen? Gut, ich kann da hoch. Das ist schon mal gut. Gut. Das sieht aus wie so eine Art Stromgenerator oder so. Ich speichere mal eben kurz zwischen. Und beim nächsten Mal sollte ich lieber schleichen. Was passiert? Oh. Okay. Aha. Und was bringt das? Ich dachte, dann geht das Ding aus. Aber egal. Egal, egal. Das Ding scheint anscheinend kaputt. Gut. Okay, jetzt bin ich in einer... ...schönen Putsituation. So, da muss ich hoch. Gut. Da komme ich weg. Ey. Geh ich mal hier hin? Oh, in diesen... Oh. Oh. Oh, in diesen... Dankeschön. Dann sollt ihr hier drüben doch patrouillieren. Äh, nee. Habe ich nicht. Gut. Hm. Das ist doch die letzte Scheiße. Ach, warte. Das ist doch die letzte Scheiße. Raten alles zum Katzen nehmen. Der scheint wohl sehr zufrieden mit seinem Job zu sein. Löhne, oder? Okay, wo muss ich eigentlich hin? Da muss ich... Da muss ich hin. Gut. Da ist ein Flussgriecher-Ding. Äh... Ah, ja, gut. Hm. Da runter und dann gleich... Oh, nein, 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 nein! Ach, du Schokolade! Oh, nein, 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 nein! Blöde Idee, blöde Idee! Autsch. Fuck. Oh, nee. Ach, Mensch. Das ist der Speicherpunkt. Ich glaube, das ist noch der Heini da, oder? Ah, nee, da. Hm, scheiße. Schnapp. Gute Nacht. So, dann halten wir mal das Ding an. Ich weiß nicht, ob das von Wichtigkeit ist. Aber... Ich denke mal, hier gibt's... ...wann noch ein bisschen was... ...zu eher beuteln. Ach, da sind ein paar mehr. Ach, Gottchen. Eins, zwei, drei, vier... Ach, du Köckel. Moment. Äh... Betäubungsbolzen... ...Brandbolzen. Was machen die eigentlich? Ich speichere mal eben kurz. Bling. Witzig. Scheiße, die Dinger sind vorher fest. Ähm. Ähm, 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 ähm. Moment, dann... ...sporte ich mich nochmal da hin. Okay, jetzt gucken. Welche geht zuerst? Ich denke mal, die. Oder? Äh. 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 Ach, da. Hey, Kumpel. So, der Ding ist Matsch. Der nächste. Gut, die ist auch hinüber. Oh. Nur wird's interessant. Die ist hinüber. Liao. Okay. Ekelhafte Viecher. Armbrustbolzen. Okay, dann haben wir da noch ein bisschen was. Dann gib mir da mal was. Und du auch noch eben. Dankeschön. Wenn du sie kriegst, krieg ich die Bolzen zu. Das ist schön. Bisschen Kohle. Trank kann ich die Viecher ja nicht. Blob from the ice. Okay. Ah, okay. Ich würd ja gern da noch in die. Bäh. Ich würd ja gern eigentlich noch in dieses Gebäude da rein. Höh. Au. Ach, verdammt. Weißt du was? Ciao. Ich weiß, dass du hier... Wachen, zu mir! Na. Na. Höh. Jemand ist tot. Wenn ich dich find, ich will... Moment. Ach, Mann. Das ärgert mich gerade. Meine Güte. Ich versuche hier vernünftig zu spielen. Und ohne Toto und alles. Und da kommt der Kerl und macht mir einen Strich durch die Rechnung. Was soll denn das? So. Der. Dann. Hinüber. Komm, geh auf. Her. Und her. Bitte. Sch Trev.